DALI 2, eine KI, die ihr mir schon mehrfach vorgeschlagen habt, dass ich da mal ein Video darüber mache. DALI 2 lässt euch aus Text Bildern generieren, es ist also eine bildgenerierende künstliche Intelligenz. Und hier an der Seite, auf der Webseite von OpenAI, die das Ganze rausgegeben haben, findet man einige tolle Beispiele. Ein Astronaut, der im Weltraum auf einem Pferd reitet, beziehungsweise generell auf einem Pferd reitet, in einem fotorealistischen Stil, zum Beispiel so, oder so, oder so. Aber auch natürlich in einem Stil von Andy Warhol und sagen wir mal, er spielt daraufhin noch natürlich mit Katzen im Weltraum Basketball. Warum auch nicht? Und zwar mit Wasserfarben. All diese Sachen lassen sich hier wunderbar herstellen, aber wir sehen eine relativ deutliche Sache. Ich kann hier an der Seite nur Sachen zusammenklicken, aber eigentlich ist DALI 2 eine sehr mächtige KI. Ich kann hier eigentlich jeden Text reingeben. Ich kann mir auch selbst Bilder generieren lassen und daraufhin konnte man sich bewerben. Das heißt, man kann sich hier bewerben, ob man vielleicht selbst DALI 2 benutzen darf, ob man selbst Bilder generieren kann. Und die Community hat das gemacht und so natürlich auch die Forschung sehr viel weitergebracht. Doch, der Zugriff war sehr limitiert. Und ja, viele von euch haben mich gefragt, ob ich das vielleicht auch mal ausprobieren möchte. Und um ehrlich zu sein, mir hat noch jemand von euch etwas geschickt. Eine Möglichkeit, das Ganze selbst im Code zu verwenden. Und ja, DALI 2 hat einige Limitierungen drauf, denn ich darf zum Beispiel hier manche Sachen, die gegen die Richtlinien sind, nicht durchführen. Aber die Technologie dahinter, die ist eigentlich eine öffentliche Technologie. Jeder kann sich den Code schreiben. Und wir haben auch in den letzten IT-Trends von meinem anderen Kanal gesehen, dass es durchaus auch nicht ganz so ethische Anwendungsfälle gibt. Und deswegen möchte ich heute mit euch eine Sache machen. Ich möchte euch heute Diffusion vorstellen. Diffusion wird von Hugging Face hergestellt. Was auch immer genau das ist, muss uns eigentlich nicht so sehr interessieren. Ist allerdings auch ein ziemlich mächtiges neuronales Netz, das wirklich weit verbreitet ist und sogar einige Vorteile gegenüber DALI hat. Zum Beispiel, es ist schneller in vielen Fällen. Und es generiert ein bisschen andere Bilder. Es sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Bilder zu generieren. DALI ist allerdings nicht als Library verfügbar, während Diffusers oder eben Diffusion tatsächlich als ganz normale Python-Library zur Verfügung steht. Und genau das wollen wir heute mal ganz kurz machen. Mit dabei sind im heutigen Video wieder Get in IT für euch. Bei Get in IT könnt ihr auf einfache und tolle Art und Weise einen Job finden. Aber diesmal möchte ich euch auf die Job.io, einer virtuellen Jobmesse, am 22. September aufmerksam machen. Wieder sind zig Firmen dabei, die euch spannende Einblicke mit vielen verschiedenen Tech-Talks geben können. Aber selbstverständlich bin ich auch wieder als Speaker mit dabei. Jetzt, wo ich mal nicht in Island bin. Thema wird die agile Softwareentwicklung werden. Ich freue mich natürlich drauf. Und ich hoffe, ihr kommt. Selbstverständlich. Das Event startet wie gewohnt um 14 Uhr. Und es gibt auch wieder den berühmten CV-Checker, den ihr kostenlos natürlich in Anspruch nehmen könnt. Ich habe hier tatsächlich mir schon mal einen Account erstellt. Denn man muss auch hier sich abgleichen. Man muss auch hier den Terms and Service zustimmen. Und sonst darf man eben diese KI nicht benutzen. Und das ist auch tatsächlich sehr sinnvoll. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Ja, wenn ihr euch hier frisch anmeldet, dann habt ihr hier die Möglichkeit quasi auf dieses Repository Zugriff zu bekommen. Da gibt es einfach einen Button Accept. Und hier haben wir auch einige Beispiele. Das ganze Ding ist wahnsinnig mächtig. Ihr habt Möglichkeiten, irgendwie die GPU zu limitieren. Ihr habt Möglichkeiten, alles Mögliche zu machen. Das hier soll bloß ein grobes Übersichtsvideo sein, wo ich euch das Setup zeige. Ihr müsst euch als allererstes... Entschuldigung, ich habe heute Sprachprobleme. Als allererstes hier einmal anmelden. Und könnt dann tatsächlich schon alles benutzen. Wir machen das Ganze hier gerade unter Windows. Aber unter Linux ist es selbstverständlich auch kein Problem. Windows hat allerdings für mich den Vorteil, dass ich einen Grafikkartentreiber habe, der, sagen wir mal, zuverlässiger unterstützt wird als der von Linux. Sobald das besser geworden ist. Okay, bevor wir starten, ja, wir werden hier Python 3.9 verwenden. Es ist essentiell, dass ihr nicht Python 3.10 verwendet. Denn mit Python 3.10 funktioniert einfach Torch nicht. Und Torch ist die Bibliothek, also PyTorch, um genau zu sein, ist die Bibliothek, die hinter dem neuronalen Netz steht und dementsprechend halt super essentiell ist. Was wir als allererstes brauchen, sind natürlich die Bibliotheken, die wir installieren müssen. Und demnach installieren wir über PIP für die Python-Version 3.9 die Bibliotheken Div Users und Transformers und SciPy, also Scientific Python. Dazu habe ich auch schon ein paar Videos gemacht. So, und wenn wir das gemacht haben, was bei mir natürlich schon der Fall ist, genau, dann haben wir auch gleichzeitig noch einen ganzen Haufen Rest mit installiert. Dann ist sowas wie, wo sind wir denn? Dann ist Div Users, klar, Hugging Face auch in der CLI mit installiert, aber auch FileLog, NumPy Request Torch, wie gesagt, neuronale Netze. Das kann ein bisschen dauern, bis das installiert ist. Und noch einige andere Bibliotheken werden da mit installiert. Und das ist absolut fein. Die sind auch soweit systemunabhängig. Das heißt, ihr könnt die auch wunderbar unter Windows oder Linux installieren. Und ja, damit haben wir eigentlich schon den wichtigsten Teil. Jetzt müssen wir uns auf der Command Line quasi einloggen. Und das sieht so aus. Bevor wir das allerdings machen, und hier noch ein kurzer Einschub dazu. Warum ist das eigentlich nötig? Mit so einer KI kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Die Technologie ist erstmal öffentlich verfügbar. Die trainierten Netze hingegen zu bekommen, ist sehr, sehr viel komplizierter. Und da kommt dann tatsächlich auch die Access Control sozusagen in den Weg rein und sagt, hey, stopp. Nicht jeder darf jedes Bild erstellen, sondern nur die Leute dürfen Bilder erstellen, die den Terms und Conditions genügen, die dann auch wirklich akzeptiert wurden. Das heißt, ihr müsst euch eben, wie gesagt, dieses Konto bei Hugging Face erstellen. Das habe ich ja schon gezeigt. Dort akzeptieren, dass ihr die Terms und Conditions eben auch benutzen wollt. Und dann bekommt ihr dort die Möglichkeit, einen Token zu erstellen. Und das könnt ihr dann zum Login benutzen. Denn es könnte ja sein, dass ich eben Not Safe for Work Bilder generiere und dabei aus Versehen Persönlichkeitsrechte oder andere Gesetze, wie zum Beispiel Kinder oder sowas, verletze. Und das macht diese Technologie so unfassbar brisant. Und deswegen will ich auch immer wieder diese Diskussion anstoßen. Denn wir müssen uns jetzt darum kümmern, da eine mögliche rechtliche Komponente auch mit reinzubringen. Aber das ganze Thema habe ich ja in den IT-Trends schon ein bisschen ausführlicher behandelt. Hier nochmal kurz der Aufruf. Guckt da sehr, sehr gerne rein. So, jetzt zeige ich euch gleich, wie man das Ganze installiert beziehungsweise wie man sich da einloggt. Und jetzt erschreckt bitte nicht, dass oben drüber PIP 3.10 steht. Ihr müsst es mit 3.9 machen. Aber ich kann euch leider den Login-Prozess bei mir nicht mehr zeigen. Ich habe das davor aufgenommen mit 3.10, weil ich es damit testen wollte. Und deswegen steht das halt noch oben drüber. Der Login-Prozess für 3.9 ist aber genau gleich. Und ihr müsst das nicht irgendwie anders machen. Was wir also machen ist, wir geben hier ein Hugging Face CLI. In meinem Fall .exe, weil Windows unter Linux braucht ihr keinen .exe hintendran. Da könnt ihr es einfach so reinschreiben. Und dann Login. Wir werden weitergeleitet, beziehungsweise wir kriegen gesagt, wir sollen doch bitte auf huggingface.co.settings.tokens gehen und dort ein neues Token erstellen. Ein Token, das wir hier sehen können. Das hier. Hier kann man sich neue Tokens erstellen. Und nein, ich werde euch mein Token selbstverständlich nicht zeigen. Aber ja, dieser Link leitet euch direkt zu dieser Seite weiter und ihr könnt hier einfach hergehen und sagen, hey, ich will ein neues Token haben. Alles kein Problem. Habt ihr das geschafft, wird euer Token gespeichert. Und ihr seid quasi eingeloggt bei Hugging Face in dem Fall. Und tatsächlich war es das auch eigentlich schon fast. Ich möchte hier als nächstes also eine Datei erstellen. Nennen wir sie einfach mal Neu-Text-Datei div-example.py So, und ich erspare euch jetzt ein kleines bisschen diesen IDE-Öffnen und so weiter Kram. Das kriegt ihr selber hin, denke ich mal. Wichtig für uns ist jetzt tatsächlich, wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, wie wir eigentlich diese KI verwenden wollen. Es gibt hier die Dokumentation von Conviz Stable Diffusion V1.4. Verlinke ich euch natürlich unten drin. Und hier haben wir dann im Endeffekt PIP-Install-Upgrade. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Dann eben diesen CLI-Login. Und dann haben wir das hier. Das hier können wir uns eins zu eins kopieren. Damit generieren wir auch gleichzeitig ein Foto eines Astronauten, der auf dem Mars ein Pferd reitet. Wartet kurz, bevor ihr das einfach jetzt wegklickt und dann ausführt. Ich will dazu noch kurz was sagen. Wo ist... Wo ist... Danke. So. Also, bei mir war es ein Problem, tatsächlich hier die CUDA-Grafikkarte zu verwenden. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an, wie das bei mir aussieht. Und sehen hier, gut, erst mal FTFY oder Spacey sind nicht installiert, deswegen wird der Bert benutzt. Und dann haben wir das hier. Torch not compiled with CUDA enabled. Das liegt einfach daran, dass ich Torch ohne CUDA laufen lassen muss und möchte. Und, ähm... Ja, der große Punkt hierbei ist, wir müssen gar kein CUDA benutzen. Es geht eigentlich auch relativ schnell. Ich habe das vorhin mal getestet. In fünf Minuten hatte ich auch mit dem Prozessor das Bild fertig generiert. Und das ist eigentlich auch ausreichend. Ähm... Das heißt, es ist sehr viel einfacher, wenn ihr Probleme damit habt, einfach die Grafikkarte rauszulöschen. Denn ihr wollt das Netz ja nicht neu trainieren, sondern ihr wollt ja nur ein bestehendes verwenden. Also, was wir machen ist, wir löschen Device CUDA, wir löschen diese Zeile, wo wir das Ganze pipen und wir autocasten das auch nicht an CUDA, sondern wir rücken das hier wieder ein und, ähm... Haben hier im Endeffekt eine ganz normale Pipeline ohne irgendwas mit CUDA dazwischen. Wenn wir das jetzt hier starten, äh... Bei euch übrigens nicht wundern, im ersten Mal, wo ihr das Ganze startet, werden sehr, sehr viele Modelle runtergeladen. Also, wirklich viele Modelle. Teilweise sind die ein paar Gigabyte groß. Teilweise sind die ein paar hundert Megabyte groß, aber es werden mehrere Modelle runtergeladen. Während das jetzt hier gerade arbeitet, ihr seht gleich, wie viele It's pro Sekunde es schafft oder Sekunden pro Durchgang es quasi braucht, ähm... Möchte ich euch kurz erklären, was hier passiert ist. Mit dieser Zeile hier wählen wir den Namen, nur den Namen, das ist ein ganz normaler String, wählen wir den Namen eines Modells aus, eines, ähm... KI-vortrainierten Modells, dass die quasi für uns bereitstellen. Und das müssen wir natürlich runterladen, deswegen diese langen Download-Zeiten. Und... mit, ähm... mit diesem ganz... Also, natürlich gibt es hier noch sehr, sehr viele andere Modelle, aber das ist das Modell, was eigentlich so diesen Aufruhr erregt hat, dass man damit quasi Doll-E auch ein bisschen, ja, nachmachen kann und damit eigentlich keine großen Probleme hat. Danach bauen wir uns hier eine sogenannte Pipe. Das habe ich jetzt einfach, wie gesagt, rüberkopiert. Ich erkläre es euch trotzdem ganz kurz. Und zwar haben wir hier einmal eine Stable Diffusion Pipeline, ähm... denn das Ding wird ja erst... Also, dieses Bild wird nicht einfach generiert, sondern da sind mehrere KIs, die miteinander dieses Bild generieren. Und, ähm... wir sagen hier, okay, wir wollen eine vorher trainierte Pipeline nehmen, das ist die hier, und da stecken alle KI-Parameter drin, die wir sonst aufwendig in einem mehreren Tage langen Rechenaufwand da produzieren müssten. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sagen wir hier einfach, hey, nimm die, die die schon vorgefertigt haben. Wunderbar. Anschließend sagen wir hier, wir wollen auch uns authentifizieren mit dem Out-Token und setzen das einfach auf True. Und somit haben wir das Ganze auch schon. Und das wunderbar hat das funktioniert. Die Prompt hingegen ist auch wieder ein einzelner String und das ist das, was ich an mein neuronales Netz senden möchte. Ich kann sagen, hey, ich hätte gerne ein Foto eines Astronauten, der auf dem Mars ein Pferd reitet. Und ich brich das hier unten mal ab, weil ich hab schon vorher eins generiert und will euch eigentlich das zeigen. Ähm... Anschließend haben wir hier, oder bauen wir das Image, indem wir die Pipe aufrufen, sprich diese Stable Diffusion Pipeline, und zwar mit diesem Befehl hier, mit dem wir gerade gemacht haben, und dann eine Guidance Scale angeben. Das ist sozusagen wie ein, ähm, ja, ein Parameter, den kann man anpassen, und dann kann man mal gucken, was passiert. Und ja, wir wollen uns das Sample hier rausholen und holen uns damit das Bild und dann speichern wir das hier. So, und ja, jetzt hab ich hier gleich noch mehr für euch. Ähm, wie gesagt, die KI, beziehungsweise das Generieren mit der Grafikkarte, haben wir eh schon rausgeschmissen, aber eine, ups, eine wichtige, direkt unter diesem, ähm, diesem Ding, was wir gerade uns rauskopiert haben, also hier ist im Endeffekt auch noch eine, ja, eine Guideline dran, was ihr machen könnt, wenn ihr hier Probleme bekommt. Also das hier ist zumindest einmal, ähm, genau, einmal die Limitierung von der Grafikkarte aufgehoben, das hier ist aber die Limitierung, beziehungsweise da ist der Zufallsgenerator vorher schon rausgezogen. Und so bekommt ihr tatsächlich jedes Mal dasselbe Bild, wenn ihr diesen Zufallsgenerator laufen habt, beziehungsweise ihr könnt generieren, ähm, und sicher sagen, dass ein anderes Bild generiert wird, was ihr dann euch angucken könnt. Und die Zeile will ich hier noch einmal ganz kurz reintun, das ist nämlich ganz cool, ähm, hier brauchen wir noch den LMS Discreet Scheduler und da sagen wir Beta Start ist gleich 0,0085, Beta Ende ist 0,1, 0,012, Beta Schedule, blablabla, Number of Training Steps, kann man hier auch spezifizieren, falls ihr es mal übertreiben wollt und mal 10.000 Sachen durchlaufen lassen wollt. Und, äh, dann bauen wir uns genau gleich wieder unsere Pipe und alles fertig. Aber jetzt haben wir hier diese Parameter eben rausgezogen und haben hier die Möglichkeit, immer dasselbe Bild zu generieren. Und wenn ich das jetzt mal laufen lasse, beziehungsweise wisst ihr was, ich lasse das nicht laufen, ich lasse das hier unter 2 laufen, dann haben wir hier einen kleinen Vergleich. Ich bin gespannt, was der Unterschied zwischen den beiden Bildern ist. Ähm, genau, die beiden können wir uns dann gleich mal ganz kurz angucken. Während das allerdings noch rechnet, will ich hier nochmal ganz kurz auf die Fairview, zurückgreifen. Und zwar, einmal haben wir Missuse, Malicious Use und Out-of-Scope Use, ja. Und das ist im Endeffekt genau das, was auch bei Dolly Mini passiert ist, beziehungsweise bei Dolly Mini angegeben wurde. Ähm, wenn man die Meaning, also bösartig gemeintes, beziehungsweise verunmenschlichendes oder auf andere Weise, ähm, verletzende Repräsentationen oder Bilder von Bildern, beziehungsweise deren, ähm, deren Umgebung, Kulturen, Religion und so weiter und so fort generiert, dann ist das nicht erlaubt. Ist aber nicht alles, was man, also hier steht nicht alles definiert. Ähm, genauso wie wenn man hier, äh, diskriminierenden Content, beziehungsweise diskriminierende Bilder in dem Fall generiert, oder, ähm, Stereotype bösartig darstellt. Ähm, gleichzeitig auch, wenn man, äh, Personen wirklich versucht nachzuahmen, ohne ihr Einverständnis zu haben, Sexual Content ist insgesamt verboten und, ähm, Miss- und Disinformation, also quasi Falschinformationen, ist hier verboten. Genauso wie die Repräsentation von Gewalt und Gore. Und, ja, ähm, lest euch das bitte wirklich genau durch. Das ist wichtig, dass man das nicht macht. Und da ist eben genau diese Diskussion wieder, die ich gerne anregen möchte immer. So, ähm, jetzt lasse ich das mal fertig rechnen und komme sofort auf euch zurück. So, und da sind wir bei unserem großen Finale. Der Astronaut, der auf seinem Pferd in den Sonnenuntergang auf dem Mars reitet. Nein, okay, so weit haben wir es nicht getrieben. Aber, ja, das ist das erste Foto, was ich für mich generieren lassen habe. Und das ist das zweite. Und das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier hinten ist ein bisschen verwischt, ne? Aber ich meine, das Pferd wirbelt halt auch ordentlich Stau auf. Aber ich muss sagen, es ist ein schönes Foto. Und tatsächlich kann es, wie ich finde, auch mit Dolly ziemlich gut mithalten. Ihr müsst bedenken, die Videos oder Bilder, die ihr von Dolly gesehen habt, ganz am Anfang. Das sind natürlich genau die Cherry-Pickten, die perfekt aussehen. Und dafür ist das ziemlich gut geworden. Gerade der Astronaut sieht wirklich, wirklich gut aus. Okay, das war vielleicht ein bisschen pixelbrei. Ihr wisst, was ich meine. So, ähm, was wir jetzt machen, ist eine schöne Challenge, würde ich vorschlagen. Und zwar, wir wollen das mal ausprobieren. Ihr habt doch alle, wahrscheinlich irgendeine Social-Media-Plattform und ich bin auf quasi allen vertreten. Hier auf YouTube, kann man in den Kommentaren relativ schlecht den, ähm, ja, den, ähm, Bilder posten insgesamt. Ähm, ich muss dann quasi händisch immer Links freigeben von Bildern und das ist ein bisschen doof. Man kann die nicht einfach so mitschicken. Was wir jetzt also machen, ist folgendes. Ihr gebt hier bei diesem, ähm, bei diesem LMS Discreet Scheduler mal eure Werte ein, die ihr benutzt habt und die ihr für schöne Bilder haltet und schickt mir die auf anderen Social-Media-Plattformen. Das heißt, irgendwie auf Twitter und markiert mich da einfach drauf, schickt mir diese Werte und schickt mir auch gleichzeitig noch das Bild dazu. Und ich bin sehr gespannt, was wir da alles rauskriegen. Und ihr könnt auch sehr, sehr gerne hier unten ein bisschen kreativ werden. Ich freue mich auf eure Ergebnisse. Wie gesagt, bleibt bitte in den rechtlichen oder in den AGB-Rahmenbedingungen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.